Ich bin der König des Traumreiches. Des Reiches der Albträume ebenso. Was machst du hier, Hattie? Er kommt heute. Wer? Morpheus. Der Unai-Romantiker. Du weißt schon Sandman. Nichts weiter als ein Märchen, Hattie. Er ist kein Märchen. Er ist wieder da. Gut zu wissen. Was hat denn der Hand? Zeig mir die offene Hand! Euer Lordschaft, der Palast, das Traumreich. Nichts davon ist so, wie es war. Ihr seid fort gewesen und euer Reich ist verfallen. Und verwahren uns. Die Träume und Albträume scheinen in ihren Gebietern nicht mehr zu erkennen. Ich werde sie an mich erinnern. Er ist frei. Er hat sein Käfig verlassen. Überst du dich. Die Träume und Albträume schau dir das. Er hat sein Käfig verlassen. Bis zum nächsten Mal.